Musik So, auf geht's ans frohe Rubine Farm Sind ja immer noch 160 ungefähr Und das wird ja auch ein bisschen dauern Aber das will ich nicht offscreen machen Und wie ich an das komme, weiß ich auch noch nicht Ich glaube, das ist bestimmt das gleiche Item, was ich auch brauche, um über das Wasser in diesen Dungeon zu kommen Aber wo ich das Item bekommen, ist die Frage So Ähm Nein Ähm, ja Alles töten, was ich finde So Es wird dauern mit diesen bis 250 Zack Zack Bomben habe ich genug Ach, hier kommen die aus dem Boden Äh Rubin, 5 Anhalten So, was hast du? Ah, einen Einzelnen 100 haben wir schon Fehlen noch 150 So, ich glaube, die sind ein bisschen einfacher zu töten als Solche Wände Viecher Aus dem Boden Ich hätte das nicht sagen sollen Weil schon fällig nur rum So Zack Achso, ich habe den dahinter getroffen Fail Den Dinger ich treffen wollte Und Nein 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 Herz Hm Ist nicht das, was ich brauche So dringend Aber immerhin etwas Äh Zack Ja 5 Probier Äh Ja Volle Herzen Füllt die eigentlich jedes Mal wieder volle Herzen auf? Ich weiß es gar nicht Aber Jetzt will ich mal meiner Vermutung nachgehen Dass ich Das da Abfackeln kann Nein Kann ich normale Bäume abfackeln? Nö Oh So Also Kann ich auch nicht abfackeln Hä Hätte ja sein können Ah ja, nur eine Vermutung Oh 5 war Robin Oh Hm Und Tod Nein Heb doch nicht ab, du hässliches Ding Lande Lande Ich befehle es dir Landen Landen Da kommt er nicht Ah Ich weiß nicht mal welches Item ich finden müsste Weil an das Item kann ich mich nicht mehr erinnern Im Startbildschirm, ja Oh, die Hälfte haben wir jetzt Fällt mir grad auf Und Beide tot? Ah Ich nehm's einfach mal an Äh Tot 136 Ähm Ja, die Viecher werden nicht so schnell landen Mann Äh, nein Äh Ah, das war so klar Ich geh einfach weiter An den Halte ich mich viel zu lange auf Oh, war ich hier überhaupt schon mal? Ach klar, hier waren die Steine Ah Ah, ich komm noch gar nicht nach links rüber Dafür brauch ich auch das Item Ah Nun gut Steht fest, ich brauch dieses Item um Über diese Abgründe zu kommen Mit dem Wasser Warum's nicht einfach das Floß sein kann Frag ich mich aber nur mit Bester Spiel Ach, der Der Sagt schon wieder Ha Was hatten wir hier Nichts Ach, hier hab ich das Schwert bekommen Fällt mir grad auf Ne, nach links komm ich nicht rüber Wenn ich hier diese Brücke Äh Bauen kann In Häkchen Oder irgendwie über das Wasser kommen Oder so Ich hab jetzt einfach mal Brücke bauen So gesagt, weil Übers Wasser Ist meistens irgendwie eine Brücke Und deswegen Ha So Ach, hier kam ich nur zum Dungeon, stimmt's? Ich nur nach oben ging Ja Und der hilft mir ja auch nicht weiter Weil mir das auch das Item Das gleiche Item fehlt Ähm Kann ich nicht einfach nur durch Rechts gehen und darauf weg? Muss ich jetzt genauso oft wieder runter gehen? Mann Das ist Käse Na los Ähm Wie oft bin ich nach Rechts gegangen? Oh Ah Ah Gut Komme ich jetzt von hier nach rechts ein weiter? Nein Ach, nach links komme ich sofort weiter Ah, nach unten nicht? Äh, I feel trolled Weißes Game Ernsthaft? Kann ich hier was abfackeln? Nö Gut, dann tue ich mir einen anderen Weg Das ist mir egal Das ist mir doch egal Wenn das Spiel mich hier nicht haben will, dann laufe ich hier in den Andersrum Äh, das war klar Ja, da komme ich nicht rüber Ja, da komme ich nicht rüber In den Dungeons komme ich nicht rüber Das ist sehr gut Mache ich nicht rüber Mache ich nur noch so weiter kommen Ja, neue Gegner aus dem Boden Ähm Die mir nichts geben Ich brauch doch nur noch 113 Und Ähm Los Nehmt Schaden Von diesem Schwert Ja, jetzt kann ich wieder werfen Das ist schön Ähm Ach ja, komm Jetzt kann ich wieder nicht werfen Weil ich In den reingerannt bin Ah Nein Stirb Jetzt kann ich wieder werfen Ach ja, hier war ich schon mal Stimmt Ja Wenigstens einer Ich bin noch 110 Nur noch Diese Aussage Nur noch 110 Was hatten wir denn hier eigentlich alles Habe ich In irgendeinem Dungeon was übersehen Mit einsammeln Äh, ne Hier komme ich nicht Kaufe ich auch nichts So Los Ich werde einfach alle sterben Oh ne Fee Ah Ah Waldfehler nur noch 100 Ähm Äh Komm Und hier ist noch die Fee Oh, danke Ach ja Ach ja Hier war ich auch schon mal Jetzt bin ich ein tausendmal schon im Kreis gerannt So ungefähr Äh Zack Aua Aua 101 Noch Achso, ich stelle mal wieder auf Den hier oben Krieg die betäuben Was mir sehr zusagt Was mir sehr zusagt Zack Zack Bomben habe ich genug Ich brauche Rubies Und Mann Ich sollte mir Rubine geben Ach, hier war das zweite Dungeon Jetzt Jetzt finde ich es Perma So ungefähr Ach, vorher musste ich suchen Hm Los Sterben Und Ich brauche Rubine Leute Oder das Item Womit ich weiterkomme Das wäre auch cool Aber ich Ich finde keinen Bereich Wo ich noch nicht war So wirklich Hm Ähm Ja Das ist schon so leicht Fail Wenn man nicht mehr weiß Wo man war Und wo nicht Außer dass ich im linken Bereich Noch nicht war Und so links oben Da hört mein Wissen dann auf Oh Da waren sie aber gnädig Noch 90 Ah ne Da will ich nicht wieder hin Hm Ich finde echt nichts mehr Das kotzt mich schon nur ein bisschen an Ach Man kann Lachen mit dem Bummer Moment Kann ich das Herzteil damit einsammeln? Das will ich ausprobieren Das will ich ausprobieren Kann ich auch mit dem Bummer Die Karte da in dem Vierten Dungeon Das Herzding Das hole ich mir später Ach Ja Auffüllen Dann laufe ich jetzt zum vierten Dungeon Und guck mal Ob das klappt Könnte ich vielleicht mit der Karte Irgendwie Vielleicht habe ich einen Raum Übersehen Wo ich noch nicht war So Immerhin haben wir schon einige Dings eingesammelt So Fehlt ja nur noch 84 Das ist ja nicht mehr so viel Hä Wo war denn das? Ich finde es nicht mehr Und Tod Du auch Naja du nicht Dann eben nicht Hier Ich habe es gefunden So So weit habe ich nämlich gar nicht gedacht Dass man vielleicht Was einsammeln könnt ihr damit Ja Fledermäuse Und Fledermäuse 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 Die mir ziemlich auf den Keks gehen Ähm Zack Zack Ja so ein bisschen kenne ich mich hier noch aus Von dem Aufbau So Ähm Zack Zack So Dann kann man hier nach rechts Ich laufe durch dunkle Räume Ja ich kann So Geht sterben Los Äh Moment Ich kann nochmal So Karte Krie Äh Erstmal das Ah ne ich komme nicht mal an die Karte Von hier Oder Ne die Karte kann ich damit nicht Catchen Ja das ist natürlich Ist doof gelaufen Achso ich muss die erstmal alle töten Äh Das ist nervig Lass die hier instant respawn Und Danke Was war denn da rechts Ich weiß es nicht mehr Vielleicht kann ich auch hier was schieben Äh Zack 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 Stirb Genau wie du Ähm Aber damit kann ich nichts Anbewirken Nö Kann ich das irgendwie schieben Ah Da ist ein Item Was mir helfen wird Wahrscheinlich Schön Das andere würde für mich keinen Sinn ergeben So Dann töten wir hier nochmal die Fledermäuser Gut Das ist doch schön Ach klar Also Rein von der Theorie hätte ich das wissen müssen Weil Ich hab Beinig auf Isaac gespielt Da ist genau auch ne Leiter gewesen Ohne Witz Ich hätt's wissen müssen Ohne Mist So Dann machen wir den Dungeon hier noch fertig So Zack Ah Okay Es sind ja noch einige Räume bis dahin Autsch Du schon wieder Bisschen Revanche oder was Aua Ähm Ja Der wollte ne Revanche Gut Dann doch nicht Den geschafft in diesem Part Auf jeden Fall Im nächsten Part geht's dann Wieder Auf zu Ähm Dem Dungeon Und Bis dahin Ich bin meinem Kane Diana Jones